Ich bin vielseitig. Eine neue Herausforderung macht mir keine Angst. Ich bin wandelbar und lerne schnell. Früher, früher habe ich in der IT gearbeitet. Dort habe ich Aufträge ausgeführt. Jetzt kann ich selber bestimmen, was ich aus meinem Job mache. Ein richtiger Volltreffer. Erfolgsbasiertes Arbeiten ist, was mich anspornet. Als Vorsorgeberater bei der Swiss Life. Weil ich meinen Alltag selber bestimmen kann, habe ich den Extra-Push im Job. Mit Weiterbildungen, einem starken Mentoring und Ehrgeiz konnte ich mich weiterentwickeln. Und mit dem Erfolg kam das Selbstvertrauen. Aber es macht eben auch Spass. Anerkennung von Kunden und Fortsetzten gibt mir zusätzliche Power. Und das Beste ist, ich habe den Ehrgeiz, immer noch weiterzukommen. Ich bin Thomas Bettendorf. Vorsorgeberater bei der Swiss Life.